Hallo, wir sind Revie und You und haben die Anmoderation vergessen. Viel Spaß! Wir hinterlassen einfach drei Mal die Begrüße. Nein, 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 die hat schon, die hat schon einen Freund. Die hat gerade in dem TikTok... Nein, 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 die hat mehrere Freunde. Man erkennt halt... Ja, der Lost Bang, gosh, der versucht es auch. Heirate mich bitte. Ja, aber die hat ja... Dann schaffst du es auch. Man hat ja, sag ich mal, also man hat ja gehört, dass... Nee, das stimmt doch gar nicht, was du da schreibst. Wieso schreibst du es doch auf Englisch? Hör mal auf, jetzt hier irgendwas zu erzählen. Das ist mit mir nicht abgesprochen hier, nur dass du es weißt. Ja, okay, was willst du hier denn sagen? You have nice room. Revinz, Alter? Ach, Junge, Alter. You have nice room. So, ey. Nein, Kids, danke. Maybe, ich schlag mir das zurück. Aber Julia Beautix. Knock at the door. Ist das Animation? Ich weiß nicht, also ich weiß gar nicht, ob das so einfach ist. Ich kann es nicht. Ich kann meine Nase nicht so bewegen. Ich habe keine Nase. Doch, du hast eine sehr lange, spitze Nase, so wie ich. Man sagt ja auch, lange Nase, lange... Schulden, ja. Ja. Aber die können das ganz gut. Alter, 5 Millionen Likes, Digga. Du bist immer so zahlenbesessen. Nein, ich bin so weit weg von Zahlen, dass ich diese Zahlen gar nicht mehr gewohnt bin einfach. 5 Millionen, ist das viel, ist das wenig? Ich glaube, das ist viel. Für mich ist die Zahl 5 Millionen immer noch eine große Zahl. Für mich sind 5 Millionen... Sehr gut. Sehr gut, ja. Krass. Hä? Also, was er denkt, was er kriegt, halt, ne? All das. Ja, gut, scheiß drauf, Digga. Komm weg damit. Wir gehen hier alle anders mit der Pandemie um, ne? Also mit der freien Zeit, die wir haben. Ja, ey. Ja. Oh, das sieht aber krass aus. Die Craft, ne krasse Brille. Ja, ein bisschen. Ich will auf jeden Fall das Endergebnis sehen. Würde ich tragen. Sie ist geil. Das Lied ist sehr geil. Schatz, ich hab mich rasiert. Du weißt, was das heißt? Ja, der Abschluss ist wieder verstopft. Mann. Schatz. Ja, keine Ahnung, lass mal nicht drüber reden einfach, oder? Oh, Mann. Just get ready for the bus. Das bin ich. Don't mind me, just watch it. Ich wär's aber lustiger hätte, wenn der alte Typ, der gesagt hätte, das wär nicht lustiger. Fuck. What the fuck? Kennst du, das Video ist so fucking old einfach. Das ist hier ein Oldie. Ein richtiger Oldie. Das ist so crazy. Ich weiß auch nicht, was die Hintergründe sind. Einfach ein Mann, der einen Arm im Trakt hat. Ich glaub, das Meme hab ich nie so weit gesehen. Ich wusste gar nicht, dass er gar keine Hand hat. Ach so. Ah, deshalb. Blau, grün. Blau. Die sind schon schöne Augen, kann man nicht sagen. Ja, auf jeden Fall. Kann man, halt Gene, ne? Er kann nicht, ich lebe auf meinem Schoß, ja, das ist richtig. Willst du dir was ausrichten aus Deutschland? Ähm, nee. Was hast du für eine Augenfarbe nochmal? Ähm, schwarz und gelb. Braun wie kacke, glaub ich. Ich hab blaue Augen. Das ist blaue Augen, echt? Also blau wie kacke, so ein bisschen. Ganz schwieriges Thema. Ganz schwieriges Thema. Your girl says, do that one thing. Digga. Ich geh einfach so durch. Alter, ganz ehrlich, ich sag dir mal, hier aus der B-Boy-Szene, Head Balance, generell schwieriger Move. Brauchst du schon einen riesigen Wasserkopf auf jeden Fall für. Hat er definitiv auch so, ne? Aber auf einer, weiß nicht, auf einem Hals, einer Flasche. Alter, das ist high level. Stell dir mal vor, der balanciert die Flasche auf seinem Kopf. Das wär auch krass. Berühr mich nicht, okay? Fass mich nicht an. Was hab ich schon mit dir? Hast du verstanden? Ich nicht. Was sind dein Problem? Komm mal wieder runter. Ich will nicht von Schwulen irgendwie berührt werden. Wenn du ein Problem mit dem Trainer hast. Ja, ich hab Probleme mit Schwulen. Dann geh in ein anderes Studio. Sie sind total pervers und krank, ja. Ich hab ein Problem mit Schwulen, die sind pervers und krank. Was ist denn bei dem? Aber ganz ehrlich, ganz kurz, ist das gestaged? Ja, natürlich. Aber warum macht man denn da mit, wenn man danach ja auch so eine Stimme? Also, wenn jemand mir ein Skript geben würde, würde ich sagen, Diggi, das sag ich nicht. Das fühl ich auch nicht. Gib Frauen, komm. Boah, Diggi, Alter, ist das... Junge. Den Haircut fühl ich einfach nicht. Ich mach mir den jetzt. Sorry, für die Leute, die ich jetzt fronte, die genau diesen Haircut gerade haben, so... Ich glaube, in Deutschland hat das keiner, oder? Ich glaube, in Deutschland hat das keiner, oder? Wieso kriegst du sowas immer? Ich hab sowas nie. Okay. Soll ich hier was ausrichten? Einfach mal, einfach was Nettes. Äh, schreibt mal, ich sehe euch. Ich sehe euch als Paar. Boah, Nigger. Hilfe! 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 Boah! 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 Los kotzen! Äh! Krieg ein Like. Für Hypnose. Ja. War gut. War gut. Alter, einfach Superwoman. Einfach dumme Frau. Also, es ist einfach dumm gewesen. Das war einfach so dumm von ihr. Top 10 hottest girls in the world. Alright, coming in at number one, we got you. So, fine, sexy ass, little bitch. What's up, Winnie, thingy little cute ass, little bitch. What's up? Top 10 hottest girls. Das ist ein geiles TikTok gewesen. Sehr geil. Das war sehr cool. Sehr sympathisch aus. Weird shit, bro. Hä, es sind fünf verschiedene Menschen. Ja. Das ist zumindest ein Konoha-Gürtel. Der Gürtel. Von Naruto. Ich denke, wir halten zusammen, du Wichser. Ist die beschleunen. Können wir mal eine Kippe runterschmeißen? Niemals. Ich bin dein Bruder. Hm. Können wir nur mal eine Zigarette runterschmeißen? Ich bin dein Bruder. Ich denke, wir halten zusammen, du Wichser. Der Arme, ey. Gib dir mal eine Kippe. Ja. Wir halten nur mal eine Kippe rum, ey. Was soll das? Nee, das war geil. Ja? Nee. Du machst selber so Witze. Ja, Bella Porch oder wie heißt der. Genau, einer der größten TikToks. Die ist aber gerade so groß geworden erst, ne? Peter! Boah. Ich mache jetzt eine Raucherpause, ja? Mach, wie du meinst, mir wurscht. Die Zigarette in der Tasche ruft schon, hol mich raus. Ja, mach, was du willst, egal. Ja, okay. Leute, ist euch mal aufgefallen, im Fitnessstudio haben wir doch irgendwie alle das gleiche Ziel, oder? Völlig egal, ob Mann oder Frau. Am Ende des Tages wollen wir alle nur in einem geilen Frauenkörper stecken. Und das ist es doch. Ich glaube, nicht alle. Ich nicht verstehe, wenn man irgendwo im Urlaub ist, die Typen einen anmachen, immer so. Als wäre man so ein Tier. Fehlt nur noch, dass die hier mit ihrer kleinen Salami wedeln und denken, dass man dann Bällen zurückrennt. Sind die dumm? Das machst du immer zu mir. Saulustig, Alter. Also das ist wirklich Comedy. Das ist für mich Comedy Gold. Das ist lustig. Das ist lustig. Die ist auch live. Wir können natürlich auch reingehen und dann kannst du ihr auch genau sagen, was du zu sagen hast. Nee, 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 das war schon lustig. Ich hab ja jetzt auch gut gelacht, sag ich mal. Dann machen wir einfach weiter. In meinem Alter wollen Sex, Alkohol, Trinken, Rauchen. Wir müssen endlich wissen, welchen Beruf ich ausüben will. Wir müssen zumindest jetzt hier... Die Lara, schreib. Die Lara. Die Lara. Werd einfach... Nein, warte. Wir haben... Eine Idee. Revi und ich haben uns dein TikTok gründlich angeschaut. Und du solltest... Und du solltest... Unsere Meinung nach... Professionelle Alkoholiker, Raucher, Sexerin sein. Alkoholraucherin werden. Das hat ja zumindest das... In Klammern, in Klammern. In Klammern, Roffel-Smiley. Red ich noch mal eine Stunde, weil dann bin ich nicht so eine. Ja, moin, Frauenlogik. Bevor ich mich bumsen lasse, rede ich noch mal eine Stunde, weil dann bin ich nicht... Scheiß drauf, Digga, scheiß drauf, komm. Äh, Drew, ich würde mich jetzt an der Stelle mal hier, sag ich mal, verabschieden. Ich werde dich jetzt raiden, ja? Hast du es verdient, Leute? Geht mal rüber zu Drew. Ich bin an der Stelle raus und... Macht's gut, meine Freunde. Bis die Tage. Küsst auf die Augen. Gern am Anna. Tschüsschen. Danke fürs Streamen. Mua. Tschüsschen.